Videos, die betrunkene Feiernde zeigen, die zum Takt des Songs rassistische Parolen skandieren, sorgten bekanntlich für einen medialen Aufschrei und für öffentliche Empörung rund um Gigi D'Agostinos Lied «L'amour toujours». Radiosender überlegten daraufhin, den Song völlig aus dem Programm zu streichen. Georg Spatt, Programmdirektor von Grone Hit, erklärte nun gegenüber der Gronenzeitung, Es ist nicht einzusehen, dass ein Künstler, der nichts dafür kann, dafür bezahlen muss. Der Sender wird das Lied, das, wie D'Agostino im Grone-Interview betonte, von der universellen Liebe und von Menschen, die sich in den Armen liegen und sich vereinfühlen handelt, weiterhin spielen. Bei Live-Veranstaltungen soll der Song verständlicherweise aus Angst vor ungustiösen Vorfällen aber weiterhin nicht gespielt werden. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte sich am Wochenende gegen ein Verbot des Liedes ausgesprochen. Sie betonte, dass der Song völlig harmlos sei und dass jedes Lied von besonders dummen Menschen missbraucht werden kann. Sie forderte Zivilcourage gegen Rassismus, anstatt Lieder zu verbieten. Der italienische DJ Gigi D'Agostino zeigte sich ebenfalls am Wochenende im Gespräch mit der Gronenzeitung schockiert, über die Entscheidung von Radiosendern und der UEFA, sein Lied zu meiden. Er bezeichnete die Verbote als mittelalterlich und rassistisch und betonte, dass sein Lied von der universellen Liebe handelt. Die Interessensgemeinschaft Autorinnen und Autoren sprach sich ebenfalls gegen eine Selbstzensur aus. Sie forderte stattdessen, bei jeder Gelegenheit gegen Rassismus und menschenverachtende Inhalte vorzugehen. Fazit, es gibt unterschiedliche Meinungen zum Umgang mit Lamour-Touchour nach den rassistischen Gesängen. Während manche ein Verbot befürworten, sprechen sich andere gegen Selbstzensur aus. Wichtig ist, dass gegen Rassismus und menschenverachtende Inhalte aktiv vorgegangen wird.